Am nächsten Tag erwartete Mark den Wagen, den die Agentur schickte, in dem Café am Ende seines Wohnblockes. Er hatte eben seine Wohnungsübergabe hinter sich gebracht. Er würde wohl noch zwei Wochen für die leerstehende Wohnung bezahlen, aber das kümmerte ihn nicht. Er benötigte sie nicht mehr, also wurde er sie los. Während er aus dem Fenster des Cafés die Umgebung und die Menschen beobachtete, vergaß er kurz zu atmen. Manchmal passierte ihm das. Er hatte große Kontrolle über sich und sein Leben, aber seine Atmung entglitt ihm von Zeit zu Zeit. Er hatte es mit Yoga versucht, aber was die Yogatante ihm über die Gründe seiner entgleitenden Atmung erzählt hatte, hatte ihm nicht gefallen. Nun sah er den Wagen von Easter vorfahren und Mila aussteigen. Sie betrat das Café mit der Haltung einer Königin. In ihrer Überlegenheit nicht selbstverliebt wie eine Prinzessin oder eben herrschend wie eine Königin, sondern lediglich wissend um ihre Autorität. Königin Mila bestellte drei Café, winkte ihm zu und kam nicht zu seinem Tisch, um ihn mit einer Umarmung zu begrüßen. Marc war erleichtert. Mila war sich offensichtlich darüber bewusst, dass all das bereits ein Test sein konnte, und sie verhielt sich entsprechend. Marc winkte zurück, nahm seine Tasche, bezahlte und folgte Mila, die ihm die Tür aufhielt. Sie begrüßten sich kurz förmlich, und als Marc sie aus der Nähe sah, wurde ihm bewusst, dass ihre Nacht nicht so schlecht gewesen sein konnte. Er lief etwas vor und öffnete ihr die Wagentür. Mit einem Hüftschwung, der seinesgleichen suchte, glitt sie durch die Tür des Hybridwagen, verschüttete kein Tropfen Kaffee, reichte einen dem Fahrer, der sich höflich bei ihr bedankte, und den anderen reichte sie Marc, mit den Worten »Na dann mal los«, durch die geöffnete Tür des Autos. Marc stieg vorne ein, und als er nach dem Gurt griff, sah er auf dem Rücksitz einen zufriedenen Klops sitzen, der ihn mit einem müden Mauzen begrüßte. Marc lachte. Er fand es einfach schön, den Kater zu sehen. Er stellte keinerlei strategische Überlegungen an, ob das wohl eine gute Idee von Mila war. Er freute sich einfach über die angenehme Ablenkung. Die authentische Freude über ihren Kater registrierte Mila mit großer Zufriedenheit. Ihre strategischen Überlegungen zur Anwesenheit des Katers erfüllten sich. Nachdem die kleine Reisegesellschaft den Elbtunnel Richtung Süden und den obligatorischen Smalltalk hinter sich gebracht hatte, stellte sich ein konzentriertes Schweigen ein. Mila schaute auf ihren Laptop, Marc aus dem Fenster und der Fahrer auf die Straße. Marc dachte über die nächsten Tage nach. Mila hatte in den letzten Wochen eine beeindruckende Willenskraft, Ausdauer und Lernfähigkeit bewiesen. Er war sich aber nicht sicher, ob sie auch die Nervenstärke hatte, die sie brauchen würde. Er betrachtete gerade einen Windpark, dessen mächtige Windräder aus einem Sonnenblumenfeld zu sprießen schienen. Marc liebte den Anblick. Er schien ihm eine Zukunft voll günstiger Energie und sauberer Luft zu verheißen. Vielleicht sogar eine Zukunft gerechterer Umverteilung. Nach der Hälfte des Weges fiel Mila auf, dass es wohl in ihre Verantwortung fiel, eine Pause vorzuschlagen. Die Männer würden mit absoluter Sicherheit lieber platzen als ihre Chefin, um eine Pinkelpause zu bitten. Mila kämpfte einige Minuten mit dem Gedanken. Plötzlich fauchte Klops und Mila merkte, dass sie sich in seinem Fell festgekrallt hatte. Viele Jahre lang hatte sie auf Ausflügen in Bahnen, Flugzeugen und Autos und auf Meetings ihre Blase trainiert, um nicht das Klischee einer Frau, die alle Nase lang zur Toilette laufen muss, zu erfüllen. Jetzt musste sie genau das Gegenteil tun und fragte sich, ob zu Personalverantwortung tatsächlich gehörte, dass man an den Hahndrang der Angestellten denken musste. Egal, dachte sie und sagte, ich bekomme langsam Hunger und würde sie beide gerne zum Mittagessen einladen. Kennen sie was Schönes auf dem Weg? Die Frage ging an den Fahrer. Der antwortete prompt. Selbstverständlich, Frau Martin. Regionaltypisch, möglichst schnell oder lieber die gehobene Küche? Der Fahrer kannte sich offensichtlich aus. Sie entschied sich schnell für das regionale Restaurant. Alle Entscheidungen, die ihr überantwortet wurden, würde sie ab jetzt auch schnell fällen. Einer der Vorteile der Gesellschaft von Männern war, dass wenn sie sagten, es wäre ihnen egal, es ihnen auch egal war. Und meistens war ihnen sogar viel mehr egal, als sie zugaben. Schnelle Entscheidungen bagen also ein deutlich kleineres soziales Risiko als in der Gesellschaft von Frauen. Mila konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, als der Fahrer nach dem Eintreten direkt den Weg zu den Toilettenräumen einschlug. Nachdem er die Treppe hinunter verschwunden war, sagte Marc zu Mila, Siehst du jetzt, was ich meine mit dem Wunsch nach Führung? Klar kann der alleine entscheiden, ob er pissen gehen muss. Für sich selber herauszufinden, welche Aspekte seines Lebens er der Arbeit unterordnen will, und das auch zu vertreten, ist ihm aber zu anstrengend, also wartet er lieber auch mit dem Pissen auf einen Befehl. Mila nickte und hatte dem nichts hinzuzufügen. Sie suchte einen Tisch, setzte sich und der Fahrer kehrte zurück. Sie bestellten und während sie auf das Essen warteten, sagte Mila im bestem Smalltalk-Ton, »Wir sind ja noch nie zusammen gefahren«, und witzelte, ohne eine Antwort abzuwarten, als ob sie jeden Easter-Ableger in- und auswendig kannte, »Aber Sie sind ja auch hier in unserem sakralen Chalet stationiert.« Sie lächelte den Fahrer erwartungsvoll an. Der Fahrer bestätigte das, und nun wusste Mila mit Sicherheit, dass er jemandem aus dem Prüfungskomitee über diese Fahrt berichten würde. Sie merkte nicht, dass Marks Miene gefrohr, als sie den Ausdruck »sakrales Chalet« benutzte. Mark war sich sicher, dass es sich bei der Formulierung um einen Zufall handeln musste. Inwiefern das Chalet tatsächlich sakral war, würde Mila allerdings bald erfahren. Das Essen wurde gebracht. Sie aßen, Mila zahlte, gab ein fürstliches Trinkgeld, und wenig später machte sich Klops über die Reste her. Währenddessen setzte sich der Fahrer ab, rauchte, telefonierte und entschuldigte sich bei seiner Rückkehr für die übel riechende Angewohnheit. Kurz vor Ende der Fahrt bog der Fahrer in einen perfekt befestigten, aber sehr schmalen Weg ab, der sich zwischen Waldrand und Feld entlang schlängelte. Der Wagen rollte leise über den Weg, Mila betrachtete die Umgebung. Das war für sie Heimat pur. Sie senkte das Wagenfenster. Der Geruch von Tannen in der Abendsonne wurde hereingeweht. Klops schnüffelte. Genau in dieser Jahreszeit, wenn die Tage wärmer wurden und die Natur grüner, die Nächte wieder lauter und die Menschen wieder fröhlicher. Dann hatte Mila immer lange Spaziergänge durch die Kleinstadt und den Wald gemacht und hatte sich an der positiven Aufbruchsstimmung, die überall herrschte, erfreut. Während sie langsam den Weg entlang rollten, mit einem leichten Auf- und Ab- und Baumwurzelbedingten Kurvenfahrten, da wurde Klops mit seinem Magen voller Essensreste wohl leicht unwohl. Der Kater begann zu würgen. Als Mila merkte, wie in dem Fahrer die Panik aufstieg, wurde sie auch ein ganz klein bisschen nervös. Und das merkte der feinfühlige Vierbeiner sofort und begann damit, sich ein geschütztes Plätzchen zu suchen, an dem er in Ruhe seinen Mittag nochmal essen konnte. Würgend machte sich der Kater auf den Weg durch das Auto. Mila erwischte ihn gerade noch, bevor er sich unter den Fahrersitz quetschen konnte. Der Fahrer hielt ruckartig an, was den Magen des Katers nicht gerade stabilisierte. Mit dem Ziel, ihn in Richtung Wald aus dem Auto zu halten, fuhr Mila mit dem Kater auf dem Arm herum und erzeugte so die noch fehlenden Fliehkräfte zur Entleerung des Tieres. Wie ein Pfropfen schoss eine schleimige Fellkugel aus seinem Rachen und klatschte gegen den Touchscreen von Marks Tablet. Gefolgt von einem guten Drittelliter halbverdautem. Das Auto wurde wie durch ein Wunder verschont und sowohl Mila als auch der Fahrer blieben sauber. Sogar Klops kam unbekotzt davon. Mark aber leider nicht. Entsetzt fixierte Mila Mark, sah dann an sich herunter und ließ den Kater los, der sich schnell in den Kofferraum verzog. Mark war über und über mit Katzenkotze bedeckt und bewegte sich keinen Millimeter. Mila hatte ihn noch nie so unentschlossen erlebt. Ein leises Grunzen ließ Mark und Mila zum Fahrer schauen, der nach hinten gedreht und mit Hochrotem Kopf all seine Selbstbeherrschung aufbrachte, um nicht laut loszuprusten. In diesem Moment löste sich ein schleimiges, miefiges Bröckchen von Marks Schulter, kullerte Brust und Bauch herunter und platschte in eine kleine Kotzepfütze, die sich in seinem Schoß gebildet hatte. Da konnte der Fahrer nicht mehr und lachte so herzlich, laut und ehrlich, dass Mila mitmachen musste. Mark erfasste die Komik der Situation, aber er konnte nicht lachen. Er kämpfte inzwischen selber mit einem mächtiger werdenden Wirkreiz. Mit Tränen purer Belustigung in den Augen stieg der Fahrer aus, während Mila sich vor Lachen in ihrem Sitz krümmte. Der Fahrer öffnete Mark die Tür und half ihm langsam auszusteigen, immer noch verbissen versuchend, das Lachen unter Kontrolle zu bekommen und deshalb auch immer noch leise kichernd. Mark stieg aus und ließ die Tür offen stehen, um den Wagen zu belüften. Mila war inzwischen ebenfalls ausgestiegen, wurde aber immer noch sporadisch von Lachkrämpfen geschüttelt. Der Fahrer ging um den Wagen herum, um sich eine Zigarette zu holen. Auch Klops fand unterdessen, dass es Zeit war, dem beißenden Gestank zu entfliehen. Also sprang er aus dem Wagen. Die drei Menschen erstarrten in ihren Bewegungen und fokussierten den Kater. Dann erstarrte der Kater in seinen Bewegungen und fokussierte einen Vogel. Bevor jemand reagieren konnte, sauste Klops los und setzte dem abhebenden Vogel durch den Wald nach. Mila wurde kreidebleich, blieb aber wie angewurzelt stehen. Sie hasste sich dafür, konnte aber in dieser Situation bei bestem Willen nicht riskieren, sich schmutzig zu machen. Marc war außer Gefecht, aber der Fahrer reagierte sofort und machte das denkbar Ungünstigste. Er lief dem Kater rufend hinterher. Es dauerte drei Sekunden, dann war der Kater im Wald verschwunden. Klops war zeitlebens ein Freigänger gewesen, bis Mila ihn in die Stadt entführt hatte. Mila traf sofort eine Entscheidung und pfiff den Fahrer zurück. Es war ausgeschlossen, dass sie ihre pünktliche Ankunft aufs Spiel setzte. Es reichte schon, dass sie diesen unfreiwilligen Zwischenstopp zu verantworten hatte und ihr Assistent damit beschäftigt war, sich Katzenkotze aus dem Nacken zu kratzen. Der Kater kennt sich in diesen Wäldern aus, sagte sie mit fester Stimme zu den beiden Männern, als der Fahrer zurückkehrte. Der kommt zurück oder zurecht. Wenn dann alle soweit wären, sie stieg wieder ins Auto. Meinst du, ich darf mir noch was anderes anziehen? fragte Marc ärgerlich. Als er Mila anschaute, sah er in ein fragendes und besorgtes Gesicht. Mila formte lautlos mit den Lippen das Wort »Du«, zeigte dann auf sich und forbte wiederum lautlos das Wort »Sie«. Dann schloss sie die Tür. Marc zog sich hastig an und setzte sich neben Mila. Die schaute ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Marc tat so, als wollte er sich nur vergewissern, dass seine Chefin nicht in Kotze saß, und setzte sich dann zurück nach vorne zum Fahrer, wo er ja hingehörte. Die letzten 500 Meter bis zum Eingang des Gutshofes, auf dem die drei inzwischen erwartet wurden, legte die Reisegesellschaft schweigend zurück. Der Wagen bog noch einmal rechts ab und rollte dann auf ein hohes, stählernes Tor zu, das von zwei vier Meter hohen Mauern eingerahmt wurde, die zu beiden Seiten im Wald verschwanden. Auf dem Navigationssystem erschien ein blauer Bildschirm mit einem roten Kreis in der Mitte. Der Fahrer legte seinen Daumen auf den Kreis. Das Navi piepte einmal und der Bildschirm wurde grün. Der Fahrer nahm die Hände vom Lenkrad und wie von Geisterhand gelenkt, rollte der Wagen an das Tor heran. Das erst anfing, sich zu öffnen, als die Stoßstange nur noch wenige Millimeter davon entfernt war. Während das Tor langsam aufglitt, gab es den Blick auf ein weitläufiges Anwesen frei. Die Einfahrt und der Eingang zum Herrenhaus, das gerne als das Chalet bezeichnet wurde, architektonisch aber keines war, waren durch einen zweihundert Meter langen Schotterweg verbunden. Das Auto setzte sich wieder in Bewegung und begleitet von dem leisen Knirschen des Schotters unter den Reifen, rollten Mila und Mark ihrer Zukunft entgegen und der Fahrer begann innerlich seinen Bericht an den Chef der Security zu formulieren. Während er das tat, fing seine Kaumuskeln unvermittelt an zu arbeiten und er lächelte. Mila und Mark wussten, er verkniff sich wieder das Lachen. Das Weiß des Putzes zwischen den dunklen Fachwerkbalken, der kleine Brunnen, der sich in der Mitte des Rondels vor der breiten Eingangstreppe befand und die Rosenbüsche, die den Weges ranzierten, wurden von der Abendsonne in ein warmes Orange getaucht. Eine Frau in einem schlichten schwarzen Kleid erwartete Mila am Kopf der Treppe. Mark und der Fahrer wurden vom Auto hinter das Haus gefahren. Mila kam es vor, als würden die beiden jetzt in den Schrank verfrachtet und erst wieder herausgeholt, wenn sie benötigt wurden. Mila begrüßte die Dame nordisch mit einem kräftigen Endedruck und einem klaren Moin, Moin! Grüß Gott! kam es lachend zurück. Ich bin Johanna. Und mit einer einladenden Geste wurde Mila dazu ermuntert, einzutreten. Sie betrat das Entree. Es handelte sich um ein traditionelles Vorhaus, das mit moderner Einrichtung und einigen Kunstobjekten ins 21. Jahrhundert geholt worden war. Die Wärme des Fachwerks und die klaren Linien der wenigen Sitzgelegenheiten machten den Raum zu einem modernen Foyer, das Lounge-Charakter besaß. Mila blieb stehen und wartete, bis Johanna wieder die Führung übernahm. Der Eingang und eine kleine Diele dienten als Windfang, der nur durch Glaswände vom Rest des Raumes getrennt war. Johanna bewegte sich zügig auf die Tür zu, die beinahe lautlos und automatisch aufglitt. Die Frauen gingen zu einer Sitzgruppe und Johanna bat Mila, hier kurz zu warten. Dr. Rosowski möchte es sich nicht nehmen lassen, Sie persönlich zu begrüßen. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten, während Sie warten? Ja, bitte. Etwas Milch, kein Zucker. Vielen Dank. Johanna verschwand flotten Ganges durch eine Tür am hinteren Ende des Raumes. Mila stand auf und schaute sich ein wenig um. Der Raum war sparsam dekoriert. Mit einigen Sträußen aus regionalen Blumen, einigen Bildern und zwei Schaukästen bot sich jedoch genug Unterhaltung, um eine kurze Wartezeit zu überbrücken. Mila ging zur Front und schaute aus dem Fenster auf den vorderen Hof. Ein kleiner geteerter Weg führte an der rechten Flanke des Hauses vorbei zum hinteren Teil der Gebäude und den früheren Stallungen. Mila roch frischen Kaffee. Als sie sich umdrehte, kam bereits Johanna durch die Tür, lächelte zu ihr hinüber, stellte ein Glas voll dampfendem Kaffee auf den Tisch und verschwand wieder. Mila holte sich das Glas und schlenderte in Richtung der beiden Schaukästen. Sie befanden sich im innengelegenen Teil des Raumes. In einem der Kästen war die bauliche Geschichte des Anwesens anhand von drei Modellen aus den vergangenen 300 Jahren veranschaulicht. Der zweite schützte drei großformatige Urkunden, die offensichtlich historischen Wert hatten. Sie waren sehr aufwendig gestaltet. Leider konnte Mila die Schrift darauf nicht entziffern. Auf der dem Fenster zugewandten Seite des Kastens befand sich ein weiteres Ausstellungsstück, fast so groß wie die drei Urkunden gemeinsam. Mila vermutete eine Übersetzung oder Erklärung der Urkunden darauf und ging interessiert um den Schaukasten herum. Als sie sah, was dort ausgestellt wurde, stockte ihr kurz der Atem. Es handelte sich nicht um eine Erklärung, sondern um eine nicht in Rot, sondern gänzlich in Blau gehaltene, kleinere Version des Schlachten-Epos, das sich bis vor einigen Wochen über dem Schreibtisch des Dr. Rosowski in der Hamburger Easter-Niederlassung befunden hatte. Mila dachte unvermittelt an das letzte Mal, dass sie das Originalbild gesehen hatte. Das war mitten in der Kampagne gewesen, deren Erfolg sie letztendlich hierher geführt hatte. Es war auch ein Gespräch mit dem alten, fiesen und perfektionistischen Rosowski gewesen. Mila hatte das Gefühl, das alles habe sich in einem alten Leben zugetragen, das sie aber noch nicht ganz beendet hatte, dem sie aktuell entwuchs. Sie hatte aber noch kein Neues. Mila ab und dem Ausblick auf den Hof zu. Sie würde mehr über dieses Bild erfahren müssen. Allerdings nicht jetzt. Jetzt gab es Interessanteres als katholische Mythologie. Sie schlenderte weiter durch den Raum. Außer der Tür in der Hinterwand gab es noch zwei weitere, jeweils an der linken und rechten Seite des Raumes. Mila vermutete, dass sie in die Gebäudeflügel führten, wo sich wahrscheinlich Arbeitsplätze und Konferenzräume befanden. Die Türen waren aus schwerem Eichenholz und von mächtiger Größe. Die Beschläge waren zwar aus dem typischen alten Gusseisen, mündeten aber nicht in einer Klinke, sondern in einer digitalen Schließvorrichtung, die Mila an die Kartenleser moderner Hotelzimmer erinnerte. Sie schaute sich um und versuchte ihr Glück. Als sie sich direkt vor die Tür stellte, piepte die Schließvorrichtung und auf ihrer Kreditkartengroßen Vorderseite ging ein Bildschirm an, der einen roten Kreis mit blauem Hintergrund abbildete. Mila schaute sich noch einmal um und legte ihren Daumen auf den Kreis. Sie war extrem gespannt. Es piepte noch einmal, der Bildschirm wurde rot und ging dann aus. Nichts anderes hatte Mila erwartet, aber ihre Neugier war geweckt. Sie probierte auch die anderen Türen, aber nirgends erlaubte ihr Daumenabdruck einen Zutritt. Ihr Telefonsorte. Sie hatte eine neue Nachricht von der Agentur mit dem Titel Authentifizierung. Sie tippte auf die SMS und der Bildschirm ihres Telefons wurde blau und zeigte mittig einen roten Kreis. Mila legte ohne zu überlegen ihren Daumen in den Kreis, der Bildschirm wurde grün und eine neue SMS mit dem Titel Authentifiziert meldete einen erfolgreichen Vorgang. Jetzt war Mila Feuer und Flamme, stellte das leere Glas auf den Tisch zurück, legte das Handy daneben und begann wieder bei der ersten Tür. Der Bildschirm wurde aktiviert, als sie direkt davor stand. Wie ein Zauberer vor einem epochalen Spruch rieb sie die Hände aneinander, streckte dann die Arme in die Höhe und wandte den Blick zur Decke. Dann fixierte sie die Schließvorrichtung, bewegte die Hände langsam Richtung Tür, so bedeutungsschwer wie möglich, ließ sie ihren rechten Daumen auf den roten Kreis sinken. Ein Piepen, aber kein Erfolg. Dafür etwas Enttäuschung. Das Verständnis, das sie von IT hatte, sagte ihr, dass es wahrscheinlich noch einige Zeit brauchen würde, bis das System die Änderung umgesetzt hatte. Trotzdem ging sie zur nächsten Tür, legte ihren Daumen mit einer etwas weniger ausladenden Geste und wurde für ihr Durchhaltevermögen mit einem freundlichen Piep und einem grünen Bildschirm belohnt. Es klickte und die Tür schwang auf. Dahinter befand sich nicht wie vermutet ein Flur mit Arbeitsplätzen, sondern ein einzelnes großes Büro. Traumhaft eingerichtet und offensichtlich aus mehreren Räumen bestehend. Mila zog die Tür wieder zu und versuchte noch einmal die erste. Der Zutritt blieb ihr aber verwehrt. Im Umkehrschluss hieß das für Mila, dass der Zutritt zu allen Zimmern, die sich öffneten, auch erlaubt war. Sie ging also wieder zu der zweiten Tür, öffnete sie und betrat das Büro. Zunächst schaute sie in alle Zimmer. Es gab drei. Einen gemütlichen Raum mit Couch, Sesseln und einem tiefen Tisch, der auch einen Fernseher und eine Bar beherbergte. Außerdem ging von dem bestimmt 50 Quadratmeter großen Büro noch eine Tür in ein kleines Badezimmer mit Dusche, Toilette, Pinkelbecken und einem hochherrschaftlichen Waschbecken mit imponierenden Maßen, das aus tiefschwarzem Stein gefertigt war. Nachdem Mila sich während ihres Rundgangs überzeugt hatte, dass keine Kopie des Rosowski Bildes hier hing, setzte sie sich auf den schweren Ledersessel, der hinter dem Schreibtisch stand und sog genüsslich die Luft ein, die nach altem Leder, Kaffee und Macht duftete. Das ist fast noch ein bisschen besser als aus dem Lift in das Loft, dachte sie. Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen, als ein kleiner untersetzter Mann in der Tür auftauchte und sie anherrschte. Ich brauch die Pin. Mila schaute auf und sah, dass der Giftzwerg ihr Handy in der Hand hatte und daran herumfummelte. Wie bitte? gab Mila ihrem Gegenüber eine zweite Chance. Die Pin! Mann, 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 die Pin für das Telefon. Das gehört Easter, also bitte. Sie rennen ihr ja auch schon rum, als würde das Anwesen ihnen gehören. Der Mann hatte sie immer noch keines Blickes gewürdigt und fuhr fort. Wer hat die ganzen Loks und die brauchte nicht weiter zu überlegen. Sind sie von allen guten Geistern verlassen? Ist ja schön, wenn sie ihrer Arbeit gewissenhaft nachgehen. Ob sie mit der Art und Weise Wunsch und Anspruch unseres Vorstandes entsprechen, wage ich allerdings zu bezweifeln. Wir sind ja beide erwachsen, also können wir sehr gerne professionell miteinander arbeiten. Was sie hier tun, ist aber ein unentschuldbarer Eingriff in meine Privatsphäre. Ich weiß ja nicht mit wem sie es hier sonst so zu tun haben, aber ich werde ihnen dazu mal was sagen. Ich werde ihnen das jetzt durchgehen lassen und diese unerfreuliche Episode hier einfach unter schlechter Tag für sie ablegen. Der Mann wollte gerade empört antworten, aber Mila schnitt ihm sofort das Wort ab. Nein, junger Mann, jetzt hören sie zu. Auf diesem Telefon sind eine Menge Daten gespeichert, die nicht für ihre Dienstleister Augen bestimmt sind. Ich bitte sie also, sich in Zukunft ihrer Position entsprechend zu verhalten. Sollten sie noch ein einziges Mal versuchen, mich mit diesem Proletenton einzuschüchtern, dann werde ich ihnen ihr kleines Vorstadtlicht ausblasen und zwar schneller, als sie Weißwurst sagen können. Haben wir zwei beiden uns verstanden? Stille als Antwort. Mila trieb es auf die Spitze. Ich muss darauf leider eine Antwort verlangen. Denken sie daran, dass sie mein weiteres Vorgehen mit ihrer Antwort selbst in der Hand haben. Also haben sie verstanden, was ich ihnen gerade bezüglich Vertraulichkeit von Daten und meiner Privatsphäre sowie unserem Umgangston miteinander erläutert habe. Als Antwort kam ein kleinlautes Ja. Gut, danke. Er wollte sich gerade umdrehen. Da rief Mila ihm zu, mein Telefon. Sie bewegte sich kein Zentimeter auf ihn zu und streckte stattdessen den Arm in seine Richtung. Er schlurfte durch den Raum, wie ein Hund, der seinen Knochen wieder abgeben muss und verließ dann das Büro verwandelt vom Sender zum Empfänger. Mila spart es sich, ihn mit einem hinterhergerufenen Tür zu noch weiter zu demütigen und sank stattdessen in ihren Sessel ihr Telefon umklammernd.